Hallo und willkommen zurück zum Gameplay von GTA. Wir gehen noch auf die Statuen-Suche, genau. Ja, hallo Kev, schön, dass du wieder da bist. Und ja, wir gehen jetzt zuerst mal hier oben. Also ich habe einen Flughafen schon und so ein bisschen hier in Ost-Losandes. Bis zum Casino hoch habe ich schon gemacht mit GenX in einem Livestream. Deshalb kann ich jetzt nicht gerade alle zeigen, aber ja, es geht ja auch eh wie lange. Das ist natürlich für ein Gameplay-Video jetzt nicht unbedingt besonders, wenn man alles zeigen muss. Für alle, die Hilfe brauchen, es gibt gute Karten und Kev hat jetzt auch eine Karte dabei, wo er natürlich schon besser alles findet. Hier hinten auf dem Tresen steht ja. Ah, dann habe ich sie scheinbar. Okay, dann habe ich sie leider auch schon. Ich bin mir nicht mäßig gewesen am Schluss. Am Schluss habe ich da ja so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich zum Strand könnten. Also eventuell hier oben bei meinem Fahrzeug, also oberhalb von Bennys Motto oder so noch eins ist, aber... Also Downton habe ich sicher noch nicht. Können wir zuerst Downton machen bis zur Autobahn hoch und dann einfach links halten, so dass wir es einfach optimal kommen. Ja, einfach Downton hat dieser Bereich da, oberhalb vom Stripclub zum Beispiel. Also beim Stripclub habe ich da unter einem Autobahn und der Unterführung dort habe ich einen, der bis in der rechts ist. Ja. Ich kann halt echt gar nicht sagen, was ich da sonst noch ansagen. Also hier eine Straße weiter ist noch eine hier. Die habe ich. Oder können wir die auch noch kurz abklappern kurz? Weil sonst habe ich dann wirklich... Also bei den Spielkarten war es so. Ich musste echt lange suchen bis ich endlich die Karte gefunden habe, die ich noch nicht hatte. Es ist halt wichtig, dass man es schematisch macht, damit man keines verpasst. Keine Statue verpasst. Wo ist denn die hier? Wo sind sie für? Also ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wo sie genau ist, ob es sollte ich... Ja, es sollte eigentlich hier, genau hier links sein. Hier irgendwo soll sie sich sein. Oder hier auf der linken Seite jetzt. Hm. Ja. Eben. Es ist schwer, was man denkt. Aber es ist cool, weil früher hat man so Päckchen gehabt, die man sammeln musste in den neuen Gateeons. Das hat so extrem motiviert. Also wenn wir jetzt das nicht finden, dann ist es klar, es hat alles gut versteckt. Also ziemlich. Ja, es ist ein bisschen unprofessionell versteckt, aber ich sehe überhaupt jetzt keine. Ja, der Server ist wieder überfordert. Also wenn man private Server hat. Vielleicht hier auf der anderen Seite, also wenn du jetzt hier links wieder raus gehst, rechts halten, nochmals rechts halten, dass du da bei den Garagen bist. Gleich dort drin. Hier nochmal rechts, nein rechts. Wenn die Mauer fertig ist, dort rechts halten. Dort wo der Taco Truck ist. Dort rein fallen. Rechts, rechts, rechts. Ja. Ja, ich hab ja. Da rein. Oh, warte. Ich dachte, du willst jetzt weiter zu anderen, oder? Nein, nein. Damit wir die haben, jetzt hab ich sicher. Weil wenn wir jetzt die noch nicht finden, dann... Das muss sein, dass irgendwo hier drin ist, die bleibt vorne. Bei mir ist hier auch nichts. Hier auch nichts. Ich würde die ja bei Bonn im Vorgarten haben. Ja, ich denke, ich hab sie. Wenn du siehst, ist sie ja auch sonst. Du kannst sie ja nicht haben. Wie du hier noch nie gesucht hast. War nie in der Stadt. Ich schau mal oben. Ist es genau hier oder ist es nicht ein bisschen nördlich gewesen? Ich hab so ein Gefühl, es ist noch ein bisschen nördlicher gewesen. Hier oben ist auch nichts. Ja, da haben wir schon im ersten eine Knacknuss. Ich hab glaube, es ist das Gefühl, dass es hier auf der Seite ist. So ungefähr. Hier. Hier sind kleine Statue, also sie ist nicht gerade so ersichtlich. Außer, dass sie blinken. Also ich sehe keine. Ich glaube, ich hab sie. Also eventuell musst du hier halt nochmals durchgehen. Ah, vielleicht hier vorne, wo ich jetzt bin. Eventuell ist sie hier. Ich glaube, ich hab sie hier. Ich glaube, ich hab sie im Kopf. Warte, ich frage mich sofort. Ja. Ich bin auch, du mit. Ja. Ja, ich glaube, sie ist hier. Ich hoffe, sie hat einen Fass. Irgendwo hier oben. Fünnst du nichts? Oder hier unten? Im unteren Moment, oder? Ja. Sonst weiss ich leider bei diesem Punkt nicht, wo sie ist. Also, eben. Wir haben eigentlich alles durchsucht, oder? Auf dem Dach ist es, glaube ich, nicht. Nee. Ja, okay. Gehen wir zum nächsten und werden uns da noch ein bisschen informieren. Aber das war eine Knöcknuss. Oder ist Leben noch eine Knöcknuss? Ja. Also, kommst du im nächsten Vapent setzen. Ja. Also, ist hier noch erst mal eine? Ja. Da bin ich nicht mehr sicher. Ich glaube, da bin ich. Aber eben du noch nicht. Du hast ja allgemein dort unten noch nicht. Vielleicht zum nächsten, weiter oben, weiter nördlich oder weiter westlich dann hergehen. Hier ist noch eine? Die habe ich. Das ist das Klohäuschen. Und weiter nördlich unter der Autobahn habe ich auch. Beim Stripglück, glaube ich, irgendwo rechts. Gibt es unten im Kanal noch eine? Im Kanal? Da könnte es sein, dass ich die neuer habe. Ah, die habe ich ja. Die rechts. Im Echten. Ja. Und da einfach mehr rechts habe ich alle. Also, ich würde jetzt eher so richtigen Orten gehen. Ja, dann habe ich noch was über. Bei kurz. Kannst du dich noch? Kannst du dich ein bisschen lauter wieder machen? Ja, sofort. Ja. Okay. Ja. Also, es ist eine lange Beschäftigung. Wie viel sind es? 100? Ja. Ja. Ja, es ist eine lange Beschäftigung. Natürlich. Also, ich bin natürlich auch kein Komplettlösungsmacher, weil es perfekt sein kann. Ja. Für mich ist es auch eher neu. Okay. Ziemlich weit weg. Ja, machen wir den. Ja. 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 Ich habe auch schon nach einer gesucht und habe nur so komische, ja, ungenaue Karten gefunden. Also, die Punkte recht breit sind und so. Und einfach falsch gesetzt sind. Ja. Genau, die bei mir sind keine schöne Sachen. Also, wenn irgendwas Spezielles ist, wie ein Laden oder so, dann ist es meistens einfach. Aber hier ist gerade kein Ladenschein. Ein Laden zu kaufen ist unten. Ah, das ist noch ein... Ja, wahrscheinlich im Laden, ja. Ja, am besten immer mit den Fahrzeugen. Nicht irgendwo reinfahren. Das ist das Thema. Das ist das Problem. Dass man nicht mehr rauskommt und so. Was? Wieso soll ich raus? Ne, ich gehe nicht raus. Der hat Angst von mir. Ich habe ihn zu viel überfallen. Ja, ich habe sie. Okay, es ist eine Frau. Was? Sorry, dass ich zu weit gelaufen bin. Ja. Also, es ist eine Frau und sie ist im Hinterraum vom... ...Nahen. Ja. Auf dem Schreibtisch. Ja, die steht hinter dem Telefon. Ja, ja. Oh, wir können ja mit dem Moped. Dann sind wir schnell am Ziel. So. Also, beim nächsten zeige ich sie natürlich ein bisschen detailliert mit dem Sniper oder so. Es gibt, glaube ich, drei oder vier verschiedene. Also, es ist meistens das gleiche. Es gibt einen Superheld, es gibt einen Astronaut, es gibt einen Alien und es gibt einen Anime-Charakter. Ja. Da ist eine Frau aus einem... ...und... ...lila einen Haaren. Pink. Ja, pink ist es. Lila ist eher deutsch. Ich mag es jetzt eigentlich nicht, ich habe lieber die deutschen Bezeichnungen wie rosa und violet und so. Aber alle sagen Lila. Ich finde es eigentlich nicht so toll. Also, ich habe es hier am Wasser. Ziemlich hier vorne. Oder pink. Pink, ey. Oh, ich bin ein Bö... Ah, dort! Hängt er! Rechts! Das ist der Astronaut. Ja, ich habe jetzt nach hinten geschaut. Also, das ist der Astronaut. Ziemlich funky. Hätte ich auch gerne als Kind gehabt. Ja, jetzt ist der S-Handler wert. 24 schon. Wie viele? 24. Okay. Jo. Aber jetzt geht es eigentlich relativ schnell. Das ist super. So, ich würde jetzt zum Strand durchbrettern, weil geradeaus unter dem Strand ist quasi jetzt noch eine. Zum Skatepark oder so. Also, man bekommt scheinbar immer tausend über. Oder bekommt man dann mehr, wenn man schon mehr hat? Äh, ich habe 47 und habe immer noch tausend. Ja. Ja. Lava. Hehehe. Ein gequetscht. Selbst ein gequetscht aber. Den würde ich ja hier... Ich denke, ich mache ein längeres Video, damit noch ein bisschen Content drin ist. Ja. Also, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe, aber... Das macht einfach viel Spaß. Auch wenn jetzt Fußball kommt. Europol. 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 Das ist mir nicht so... Ja. Es ist mir wichtig, dass ich persönlich ein bisschen besser... diesen Bekanntheit bekommen oder so. Oh nein. In der Fresse. Ja, liegt in der Fresse, Achtung. Bei mir nicht, habe ich die schon. Scheinbar habe ich die schon. Hier vorne vom, äh, Dings, Auf und Zahn. Hier. Ne, habe ich. Also, die habe ich schon. Okay. Ja. Kommt mir gar nicht mehr bekannt vor, dass wir hier waren. Aber scheinbar waren wir im Leiste. Also, es kann... Es kann jeder das Video noch schauen. Es war das letzte GTA Online Video von GenX. Ich werde GenX auch noch verlinken in den Kommentaren, äh, in der Videobeschreibung. Also, wir können jetzt schon hier oder wieder zur Wasserstraße, wenn du magst. Einfach so, wie es am besten per Karte geht. Das wir nicht allzu wenig fahren müssen. Also, dass wir weniger fahren müssen. Ja, das ist dann, äh, hier Wasserstraße hin und dann... Ja, der GenX hat jetzt auf Twitch gewechselt, das jetzt für vorläufig einfach. Weil scheinbar bekommt er halt auch nicht mehr so Aufmerksamkeit, oder? Also, es ist halt einfach auch langweilig. Und ich habe so das Gefühl, mir jetzt halt auch wieder zu schnell langweilig. Wenn halt nicht so viele zuschauen. Das ist einfach so. Man hat einfach nicht mehr so den Erfolg, nicht mehr so die Freude dran. Wenn niemand zuschaut oder wenig zuschauen. Wenig, ähm... Wenig lange die Videos geschaut werden, vor allem. Das ist so. Aber ich bleib dran auf jeden Fall. Ich hab Spass dran, auch ohne Erfolg. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wo wir die Fahrgeschäfte nicht eingezeichnet sind. Vielleicht hier drin... Jetzt gibt's ein Teil... Ja, hier kann man... Also bis jetzt sehe ich's aber noch nicht. Am besten ein bisschen getrennt suchen. Ja, das ist auch mein Plan gerade. Vielleicht irgendwo hier in einem Laden dringen? Ah, ich bin gerade die Laden... Hey, how are you doing? Hm... Auf dem Klo oder so ist es nicht, das ist ein bisschen weit weg. Nein, hier ist es eigentlich auch weit weg. Unten? Das könnte natürlich auch sein, aber mir wird jetzt unten nichts einfallen, wo es versteckt sein könnte. Also dann geh ich kurz runter, weil ich weiß jetzt gar nicht, wo wir noch suchen. Dann sind wir einfach sicher oder... Also es kann wirklich... Also es sind ein paar eingezeichnet, wo in der U-Bahn waren. Und dann haben wir natürlich extrem lange gesucht und ich bin dann auf die Lösung gekommen. Weil wenn nicht... Ja gut, jetzt muss ich noch das Gängangriff zu Ex-Machen. Lieber nicht. Ja, ich sterbe natürlich sofort. Die haben immer so zielsicherheit. Fertig da unten, jetzt wird geschossen. Ich sehe fast kaum was. Ja sicher mit Minigun! Ihr betreibt es doch noch. Da unten finde ich ja nie. Also hier unten wegen Gängangriff finde ich das nicht. Da müssen wir fast schon mit einem Panzer oder so. Ja vielleicht auf der Achterbahn? Ja wo willst du... Du kannst natürlich kontrollieren gehen... Hey hier sind jetzt auch ganz viele. Vielleicht müssen wir jetzt erst das Gängangangriff fertig machen. Ich muss die nicht nerven. Ich hab keinen Gängangriff. Also hier sind Toiletten, wo ich jetzt bin. Ja nimm mit. Wo bist du denn? Bei mir sind gerade Leute, die mich auch knacken. Ich bin jetzt einfach oben wegen... Ah der ist unten. Okay. Vielleicht hier? Das ist der Achterweg. Ich bin Achterbahn und sowas. Mal gerade am... Anschauen. Ja das ist eben... Trotz Hilfe, wo es ungefähr ist, ist es trotzdem noch schwer. Er übertreibt nicht mit dem Waffen. Und hört auf zu fluchen. Das ist nicht genau das was man braucht. Ja die spawnen vor mir und fliegen runter und können direkt schiessen. Was sind die Waffen? Die spawnen die. Jetzt hab ich noch zwei oder so. Ah da kommst du auch. So runter. Ah da ist noch einer. Noch mal Headshot. Hm. Ja die anderen sind unten. Ah ich weiß auch noch. Da ist noch einer. So. Ich glaube die spawnen oben weil wir oben sind. Also die spawnen und spawnen wieder hier oben. Ja ich hab keinen Generalgriff. Hä wieso eigentlich nicht? Wieso hab ich nur... Aber weil du nicht unten warst. Weil ich... Loli ist so eine Maschine. Ein Generator. Ich habe so das Gefühl das ist ein bisschen eine Verarschung hier. Dass es wirklich an einem schlimmen Platz ist. Auf dem Haus oder so. Ich kann dir sofort weiterhelfen. Ja das ist gut wenn du da noch wissen, ob du es recherchierst. Das hilft natürlich so. Das sind wichtige Leute. Sekuerser. Die managt die unbestützt. Und dann Livestreamer. Let's play. Ja ja fluch du Walto. Was ich sehe jetzt wirklich. Nach oben nirgends. Mit dem Ortdox-Stand ist er. Also ich habe ja gesehen, dass der Astronaut richtig gut zu erkennen war. Also sollte eigentlich hier auch gut zu erkennen sein. Ich gehe noch um das Runde. Mysterious. Kann mir da jemand aufklären? Okay. Ich habe übrigens jetzt herausgefunden, wo die Figur eben war, die wir gar nicht gefunden haben. Okay. Wir waren ja im inneren Kreis. Weißt du was ich meine? Zur Hauptstraße hin. Und gegenüber ist ein Haus mit einer Hundehütte. Und in der Hundehütte ist es. Ja in so einer kleinen Hundehütte. Ich bin schon wieder fast tot. Ich bin schon wieder fast tot. Die treffen einfach zu gut. Und ich treffe nicht, weil irgendwie das nicht so weit geht. Wenn ich den Punkt doch genau auf der Flüsse hatte. Ist jetzt gut, endlich. Irgendwo ist noch einer. Ey, da ist ja nichts. Kann es sein, dass der Punkt ein bisschen falsch gesetzt wurde. Dass der ein bisschen weiter vorne am Pier ist. Also Richtung Wasser ist. Kannst du gerne schauen. Ja, ich bin jetzt gerade noch kurz unten. Ich bin nicht so schnell. Da ist er. Hey! Es ist Munition oder was du gerade gemacht hast. Vielleicht kannst du wieder gehackt. Ey, da ist gar nichts mehr drin. Also hier unten ist nichts. Dann bin ich auch. Ja, ja. Da muss man noch ein bisschen, also. Ja. Man wird halt ein bisschen zum Perfektionisten, wenn man so lange zockt und so. Dass man einfach das Game noch besser haben möchte. Aber da kann ich noch gleich schon. Ah! Ah! So! So, der Goss ist auch da. Weil er kann uns da auch noch ein bisschen helfen. Mit seinen Tricks. Das ist gut, Daniel. Das ist gut, Daniel. Jetzt sagte ich schon nichts mehr. Die Statue. Aber es hat immer so komisch geblinkt. Ja, wollen wir auf den Server gehen bei Disco? Ja. Ja. Welchen? Er ist nicht bei meinem als er jetzt bei deinem. Auf dem Riesenrad? Könnte das sein? Dass man hochfliegen muss? Ja, weil lass uns mal einen kleinen Spieler machen. Ja, aber er kann ja das hacken. Ähm. Ja, komm, wir gehen gerade irgendwo. Komm, wir gehen gerade irgendwo hin. Komm, wir gehen zum Auto. Also, wir gehen jetzt beim Auto. Also, ich hab auf jeden Fall noch eine Figur, ähm, hier am Strand. Und dann ist alles am Strand abgearbeitet. Ah, ich hab sie. Ich hab sie. Komm her. Warte kurz. Ähm. Ich geh einfach runter zum... ...Gate your channel. Zargo, komm mal zu mir bitte. Ja, wo bist du? Guck mal hier rüber. Hm? Da. Hier im Mülleimer ist die. Hä? Bei mir nicht? Hab ich die auch schon? Ja, dann hab ich die. Dann kann ich natürlich lange suchen, wenn ich die schon hab. Oder hab ich sie jetzt gerade vor kurzem aufgenommen? Ich hab's nicht... Nee. Vielleicht schon am Anfang, wo wir hier waren. Also du, ähm, komm wir gehen... Äh, das ist ein Zweiersitzer, gell? Ähm, wir gehen in ein Fahrzeug, was vier Sitze hast, und du tust mir ein bisschen helfen beim Fahrrad. Ghost, komm mal bitte mit. Oder, äh, Ghost, weißt du noch, äh, wo Figuren sind? In der Nähe. Hm. Warte. Die Spielfiguren. Die Actionfiguren. Äh. Ja, da hast du noch eine Türchen. Du hast noch keine, scheinbar. Ähm, ja, mach einfach mit Karte weiter und sie suchen halt wieder. Ich denke, einfach jetzt noch eine machen und dann mach ich dann im nächsten Video dann wieder. Hab ich für morgen auch Videos, kann ich ja mehr aufladen. Warte, ich... Ich muss ja mal schauen, weil... Ich weiß, wo sie steht, aber ich weiß nicht schon welche. Und er hat... Wir müssen mal hier diese Häuschen abschauen, die müsste auf dem Geländer stehen, ein Alien. Ein Alien am Gelände? Auf dem Geländer, sprich ich. Worum genau, ungefähr? Hier. Hier steht sie. Hä? Hab ich die auch? Die steht genau hier vorne auf der Hecke. Ah, ja, die... Die hab ich gar nicht gesehen, so weit links. Ja, sehr schön. 25. 3 von 100 Eiern. Ich hab 50 von 100 jetzt. Wow. Ja. Geh mit ihm, er rutscht so schön. Ich durte bei dir anscheinend. Jetzt hab ich schon umgewechselt. Also dieses... Ähm... Driften. So mit dem Hacker und so. Das finde ich so faszinierend. Das war... Hab ich damals im Need for Speed Underground 2 immer so geliebt. Konnte ich immer so viele Punkte sammeln. Das... Das vergisst man. Also das... Das findet man nie scheisse oder langweig. Das liebt man immer noch. Ah ja. Meine Reaktion ist jetzt auch nicht so besser. Scheinbar ein Mustang oder so. Also Dominator, glaub ich. Ja, doch Challenge. Der Challenge, okay. Ja, das kommt mir auch so... Irgendwer die Form bekannt von. Also Dodge kenne ich nicht so viel. Also ich kenne Viper mehr, kenne ich nicht. Park hier einfach gerade. Also hier auf der... Auf der... Baustelle. Hier vorne. Hier vorne soll es sein. Kannst natürlich die Baustelle, wenn du Spaß dran hast, absuchen. Ich suche mal gerade die Bahn. Ja, aber wenn du mir das schon sagst, muss ich sie auch nicht. Ich dachte. Du bist einfach hier parkieren. Nicht da auch in der Baustelle. Das heißt. Ich traue denen das jetzt unter hier irgendeine Brücke oder so. Aber das ist so an einem Steig da, die sie angelt. Ja, toll. Warte mal. Hier kann man ja sich wund suchen. Hä, bin ich... Unter der Brücke? Ne, der Laden hinten. Hier gegenüber. Der Laden? Falsche Seite. Das ist nervig mit diesen Karten. Aber eben, da man möchte natürlich... Ja, die schon so schnell wie möglich suchen. Wenn man halt falsch sieht. Das ist ja nicht so gut. Äh, huch. Ist die... Also der Laden... Wo? Das ist komplett woanders. Bis ich die Tür erreicht habe. Ghost hier hinten. Direkt der Laden. Da oben auf der Kuppe. Ah. Ja. Alter, warum... Zugpark wird. Warum sind so Autos eigentlich... Wieder hinten. Die machen das nie vorne. Ja, dankeschön. Perfekt. Ne, lol. Wut? Ah, gut, dass du gegenrennst. Gegen die Wände auf dem Ghost. Wo ist denn das jetzt? Weiß ich nicht. Weiß du, das ist auch gar nicht. Aber schöne Bilder. Hat YouTube wieder ein Problem mit meinem Video. Ich wollte schon sagen, wenn Ghost uns jetzt eingesperrt haben... Also nicht hier drin. Da drauf. Warte, mach ich doch mal kurz hier so eine... Äh... Vielleicht kann man das jetzt sehen. Ja. Ne Statuesuch-Rakete, genau. Ja. Aber hier kann man auf dem Burgershot, glaube ich, irgendwo... Was ist eigentlich hier, Alter? Wo ist denn da die Scheiße? Wieso habe ich jetzt drei Sterne? Ich habe nichts gemacht. Ja, warte. Das ist wahrscheinlich wegen einem Händler. Okay. Fühlt sich bedroht? Gib ich euch mal kurz ne Unterstieg... Hahahaha Kopfplatschen. Hilfe, meine Spielfigur macht blöde Ding, ja. Ah, vielleicht unten in... tweeling. Ghost me eggs man nichtpoke, wenn man hier herunter springt. Ja. Bei der GDA Talentschaft. Wenn du das zu Ready because.. ich muss echt eine neue soundkarte gibt es er kann es dafür nicht mal so eine ortung ich habe irgendwie lust so etwas wie eine karte zu machen aber ich habe nicht das talent oder die möglichkeiten so wichtig dazu aber ich habe immer so eigentlich das verlangen hätte es besser zu machen wenn es dann noch nicht genau ist hier oben ist irgendwo so ein ding balkon habe ich gesehen hier hinten die hoch aber wie kommt man hier auch du warst jetzt ich war irgendwo da oben ist ein balkon hier ja ich bin da komplett hoch also bis zu doofen gewesen wir mit dem stil ja und groß und ich sind auch runter gesprungen aber also es ist nicht dort hier das ist hier auf dieser wasserstraße ich habe so eine doofen ja ich habe mich um richtung tunnel rein schon geschaut also ich war hier ja die haben auch u bahn genommen das ist extrem nervig wenn man das nicht genau dort ist auf der map oder und wir dürfen halt nur nicht weiter kann man ja kann ja uns wieder raus also wenn das jetzt so weit weg ist dann sind wir völlig woanders ich möchte schwimmen wenn du so langsam auf dem land sich bewegt okay schon ein bisschen schneller ist aber trotzdem manchmal vorwärts ich gehe einfach hier hoch damit jeder will schauen wie ich sexy figur in wasser schwimmen weißt du unter was man sieht kaum etwas unter wasser jetzt unter wasser ganz außen ja ich glaube im video war sie zu sehen und prozent so weit außen hätte ich jetzt nicht gedacht dankeschön dass du mich so extrem ja beim laden fokussiert gerne ich hätte gerne ja ich fühle mich ein bisschen verarscht aber gut dass die ganze zeit vielleicht extra vorteil steht ja er ist so nee die heiße ich sie sind nicht also das muss ich wirklich nicht sagen noch deine hexen du bist gerade wieder abgeholfen kannst du ihn nicht gerne suchen eins ist noch in dem filmstudio da habe ich noch nicht dass ich habe alles war es nur ein rechts unten in der stadt also jetzt am besten ziemlich alles kann jemand mal die kai verkehr abschalten danke und groß abgestellte groß entfernen sie sich 22 meter richtung rechts ich habe an bord reichte die antwort ich bin vip als bitte bekommst hohe gefängnis strafen wenig star belästigt ich bin doch überhaupt kein star ich bin auch nicht einer der irgendwie verklagen muss die leute nur was ihnen helfen online ich habe so eine vermutung gerade wo die steht ganz oben oder ein bisschen weiter hier oben war es noch eingezogen also wie komme ich jetzt eigentlich hier hoch ist das in deiner scheiß kaffee wurde schlampe ich war nicht so bitte die auf youtube haben einfach probleme mit zu schimpfen es tut mir nicht gut auch kinder zuschauen groß kommen schreibt wieder in der heck an und sagt wo es ist ich werde sie sie nur oben und es ist in diesen wohnen ich habe sie hier ich habe es fangen mich auf zu weit gehört also kommt mal zu mir ich habe sie okay ich glaube wir machen das jetzt mal fertig und das nächste video geht es dann weiter bis dann tschüss hier ist der ghost kommt rein zu mir tschüss wir fahren jetzt in urlaub wir müssen tschüss sagen tschüss 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 genau danke